Yo Leute, was geht? Flex hier. Das neue Update ist gestern rausgekommen und es sind viele neue Waffen im Spielen. Und eine Waffe davon ist einfach so stark, dass die Leute denken können, dass man damit gerade cheatet. Ich habe auch Angst mit der zu spielen, weil es sein könnte, dass mich Leute einfach dafür melden. Denn es gibt eine Waffe, die ist einfach zu stark. Das seht ihr gleich im Video und ich werde damit auch versuchen, jemanden zu throwen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Update findet. Findet ihr es top oder flop? Lasst jetzt ein Like da und ein Abo für mehr solcher Videos und ich werde jetzt jemanden in seine Lobby joinen und gleich so tun, als würde ich cheaten. Let's go! Und tragt auf Ehre mein Creator Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hallo Lenya, bist du da? Hey, ja, ja, ich bin am Start. Ey, heute ist ein neues Update rausgekommen und es gibt einfach geheime Waffen in Fortnite. Und wenn wir diese Waffen benutzen, denken einfach die Gegner, dass wir cheaten. Willst du die Waffen mal sehen? Äh, vielleicht, aber ich habe Angst, dass wir gebannt werden und so. Nein, mach dir da keine Sorgen. Lass einfach eine Duo-Runde starten und ich zeige dir die Waffen, okay? Okay, let's go. Achtung, Lenya, hier ist jemand gelandet. Wir müssen ihn holen. Strenge dich an, Lenya. Ich muss dir die Waffen zeigen, okay? Oh, Lenya, hier unten ist ein Gegner. Ja, oh mein Gott. Oh, er ist weit. Komm, den Kriegstuhl holt. Los! Ja, 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 warte. Easy. Hab einen. Hier ist der andere. Nice. Renegade Raider auf Wish bestellt. Oh, nice, GG's. Okay. Nice. Okay, Lenya, bist du bereit, die Waffen, die keiner kennt, zu sehen? Achtung, da sind noch Schritte. Oh, ja, ja. Let's go. Oh, nice, let's go. Okay. Nice. Oh, hier snipet noch jemand. Oh, nein. Let's go, let's go. Woher kam der Snipe? Von vorne, von vorne. Von vorne, easy. Kein Ding für mich. Ja, die kriegen wir easy. Oh, ich hab keine Mets mehr. Ich muss kurz Mets fahren. Ich kann dir Minis geben, hier. Gönn dir die Minis? Ja, ja, mach ich. Oh, hat einen Hit. Big X. Hab beide. GG. Lenya, wir haben es geschafft. Wir haben, glaube ich, alles hier gecleared. Bist du bereit für die neuen Waffen? Für die geheimen Waffen, die keiner kennt. Glaubt mir. Oh, noch mehr Gegner. Was ist denn hier los? Ah, hier vorne. Den kriegen wir auch noch. Oh, nice. 6 Kills. Starter. Läuft auch einwandfrei. Das ist nur Glück. Pass auf. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade gemutet. Und ihr seht schon, was hier auf dem Boden liegt. Ein Zelt. Wenn ich jetzt dieses Zelt nehme und hier hinstelle und gucke, was ich in meinem Vorrat habe, zieht euch rein, was sich hier befindet. Ein mythisches MK7-Sturmgewehr. Die mythische SMG, die mit in dem Update mit dabei war. Und dann haben wir die schwere Schrotflinte in Gold. Legendär. Wie krank ist das denn? Und das werden wir jetzt Lenya zeigen. Mal gucken, wie sie reagiert. Passt auf, Leute. Ich hole mir jetzt die mythische SMG und die goldene Schrotflinte raus. Let's go. Mal gucken, wie sie darauf reagiert, Leute. Ich bin schon hyped. Lenya, bist du am Start? Ja, ich bin da. Was ist los? Ich habe hier die geheimen Waffen gefunden. Hier in dem Busch. Komm mal her. Komm mal her. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, wo? Ich will sie sehen. Zeig hier, schnell. Hier in dem Busch. Komm mal her. Ich will sie sehen. Ja, ja, komm, komm, komm. Mein Gott. Ey, ich bin so hyped. Ich habe sie einfach gefunden. Guck mal, mach mal den Busch kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zieh dir mal rein. Oh mein Gott. Und du weißt, dass man damit cheaten kann. Wusstest du das? Schieß mal von hier auf diesen Bot da hinten. Pass auf. Oh, hast du ihn getroffen? Wie viel Schaden hast du gemacht? 200er. 200er Schaden. Gib mir mal die goldene Pump. Und jetzt schieße ich mal da drauf. Pass auf. Ey, das ist so OP. Von so einer Entfernung so viel Schaden zu machen. Warte. Und. 132er Headshot. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ey, das ist doch krank, oder? Ey, wie hast du die gefunden? Ich habe den ganzen Tag schon gespielt und habe nicht eine von diesen Waffen gefunden. Wie hast du die alle gefunden? Ja, ich bin einfach durch den Busch gelaufen und habe sie einfach entdeckt. Kannst du mir die SMG wiedergeben? Oh mein Gott. Die ist so krank. Zieh dir das rein. Alter, wie nice ist das Update. Ey, aber du darfst es niemandem sagen. Nicht, dass wir gebannt werden, okay? Hast du gesehen? Ja, ich will auch nicht gebannt werden. Alter, hast du gesehen, wie viel Schaden die macht? Auf was für eine Entfernung? Diese Pump. Das ist gefühlt ein Sniper. Glaubst du mir das? Ja, ich habe es ja gesehen. Okay, Leute. Ihr habt gesehen. Ich bin jetzt wieder gemutet. Und pack die zwei Waffen wieder in mein Zelt, damit ich die nicht verliere. Aber ihr habt schon gesehen, wie krank diese Waffen sind. Die mythische SMG findet man hier im neuen Ort. Covered Carbon. Wenn man den Boss tötet, bekommt man die mythische SMG und die Pump. Die kann man so auf der Map finden und auf Gold natürlich mit einer Werkbank upgraden. Ich save die jetzt wieder hier drinnen. Let's go. Einmal die goldene Pump und dann die mythische SMG, damit ich die nicht mehr verliere. Und das ist einfach so krank. Gibt es da einfach mal. Und jetzt versuchen wir mit Lenya zusammen den Epischen zu holen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Lenya, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wenn wir jetzt den Epischen holen, kannst du dir was aus dem Itemshop aussuchen? Bist du dabei? Boah, ich bin sowas von dabei. Das ist doch mal cool. Denkst du, wir holen den Epischen? Bist du eine kleine Schwitzerin oder eher nicht? Ja, natürlich Schwitzer, Schwitzer. Schwitzer ist Schwitzer. Ja, das werden wir jetzt sehen. Wir müssen aber jetzt erstmal in die Zone gehen. Mal gucken, es leben noch 22 Gegner und ich habe schon 6 Kills. Also wenn wir jetzt den Epischen holen, hast du dir den Skin verdient. Auf jeden Fall. Ich bin schon irgendwie nervös. Hä, warum nervös, Alter? Du holst jetzt die Kills und easy. Da vorne sind Gegner. Lass dir jetzt einfach Hops nehmen. Oh, schade. Oh, du greifst schon an. Du bist aber mutig. Du bist aber sehr, sehr mutig. Wo sind die? Oh nein, oh nein. Wo sind die? Oh mein Gott, die OP-Pump ist so krank. Wo ist der? Wo ist der? Oh, die sind on me. Ich muss mir Minis geben. Ganz kurz. Hast du ihn? Oh, nice. Hast du ihn? Okay, nice, nice, nice. Schnell looten. Ich habe aber drei Mad-Kits. Easy. Let's go. Oh, hier ist eine lila, eine SMG. Du kannst dir auch einen Mad-Kit gönnen. Let's go. Hier wird jemand rebooted. Hast du ihn? Oh, du hast ihn? Ja, ich habe ihn. Was? Dein Ernst? Ey, wenn wir jetzt den Sieg holen, dann muss ich dir ja was aus dem Shop kaufen. Holy moly. Okay, okay, okay. Ja. Let's go. Oh nein, 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 nein. Oh nein, das war knapp. Schnell Biggie nehmen. Let's go, let's go. Das war so schnack. Das war übel knapp. Zum Glück hat er dich getroffen, ey. Let's go. Wir müssen die Hops nehmen. Ah, da oben. Oh, er ist komplett am schwitzen. Der baut sich unten ein irgendwo. Keine Ahnung, wieso. Ey, mit Metallwänden, oder? Ja, ja, aber hier. Das ist meine Wand sogar. Oh nein, sogar Hit von der Entfernung. Ey, das ist so OP, oder? Das ist einfach so OP, diese Waffe. Das ist doch komplett Cheaten. Das ist so eine Cheater-Waffe. Ey, von der Entfernung so viel Schaden. Das glaubt doch keiner, Mann. Das ist unmöglich. Ey, stell dir vor, die ganzen Leute melden uns einfach wegen dieser Pump, ey. Die denken einfach, wir hacken oder so. Da hinten ist ein Gegner. Lass direkt drauf, okay? Hier drin sind die. Oh nein, kein Hit getroffen. Ich komme. Oh, ich habe zwei Hits verfehlt. Er ist runtergeflogen. Er geht in die Zone. Oh mein Gott. Was ist los? In der Zone. Nein, ich habe sie... Ey, du bist ja woanders. Wieso bist du nicht mit mir mitgelaufen? Das war einfach einer alleine. Das war ein Solo. Und der ist sogar gestorben. In der Zone. Kannst du irgendwie meine Karte holen? Nee, wird schwer. Komm, hol meine Karte. Das schaffst du. Das schaffst du. Das ist ein Gegner. Ah nein, da ist sogar ein Gegner. Aber das ist ein Gegner. Dann hielt ich erst mal mit dem Spray. Hielt ich mit dem Spray. Ah, du kannst meine Karte eh nicht holen. Okay, jetzt schaue ich dir zu. Und du musst den Epischen holen für den Skin, okay? Ich habe da ein bisschen gerade Gefettfinger. Das war nicht so nice. Das packst du. Komm. Alle Augen sind jetzt auf dich gerichtet. Mal gucken, ob Lenya hier den Epischen holt. Ich bin gespannt. Oh, die gehen jetzt, glaube ich, pushen. Die Zone ist immer noch bei dir. Also chill. Oh, jetzt fighten die. Jetzt fighten die, glaube ich. Weil jeder muss einer noch. Ja, die sind genockt, genockt. Du musst jetzt auch da hoch. Geh mit der Seilbahn hoch. Komm, 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 komm. Jetzt kannst du pushen, pushen. Pushen, pushen. Jetzt ist nur noch ein Solo, glaube ich, an Leben. Einer ist bestimmt genockt. Einer ist safe genockt da drin. Hier ist, ja genau, da drin in der Box. Links. Ist einer nur noch. Oder sind es zwei? Ne, einer schießt nur auf dich. Der ist jetzt runtergesprungen. Ah, der will ihn auch reviven. Der will ihn reviven. Hinter dir. Da. Einer ist gestorben. Eins gegen eins, Lenya. Das packst du. Eins gegen eins. Der scheint nicht gut zu sein. Du musst rein sprayen. Der isst Pizza. Der isst Pizza. Also der ist nicht 200 HP. Mit der SMG. Nice. Oh. Ah. Ey, das ist so spannend. Komm, das kriegst du hin. Nein. Hiel dich, hiel dich. Chill, chill, chill. Er haut ab. Hinter dir, hinter dir. Nein. Nein. 9 HP hatte er die ganze Zeit. 9 HP. Mann. Lenya. Ey, ich hab mich so angeschränkt. Lenya, wir machen so. Wir gehen jetzt zum Itemshop und ich kauf dir was, okay? Ja, bitte. Ey, das war so schade. Ich hätte ihn so kriegen können. Könntest du. Ja, komm, lass zum Shop. Also, Lenya, was möchtest du haben als kleinen Trostpreis? Also, ich würde gerne die Kristall. Der ist eigentlich auch ein ganz geiler Skin. Ich würde das ein bisschen und der würde mir am besten gefallen. Okay, dann bekommst du den Kristall-Skin ganz easy. Du hast es dir verdient, muss ich sagen. Als Geschenk kaufen. Let's go. Viel Spaß mit der Kristall, Lenya. Gönn dir. Hast du dir verdient. Boah, vielen Dank. Ey, hättest du das einfach wirklich nicht machen müssen. Ja, ja, komm. Leute, wenn ihr auch mal bei sowas mitmachen wollt und ein Skin-Geschenk bekommen wollt, lasst jetzt ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Euer Flex. Ciao.